So, der gehöre dazu? Das wusste ich nicht. Das war mir nicht bekannt. Ist das ein Auto? Ist das ein Auto? Was? Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist eine Funktion. Du bist wütend. Ich habe es nicht mehr in Ausland, sondern ich habe mich ein Auto. Der ist dann niedergeschlagen, oder? Ah, okay, zieh verloren. Oh, okay. Ich darf sie nur niederschlagen, ich darf sie nicht töten. Sie schießen auf mich, aber ich darf sie nicht töten. Ey, Taxa. Genau. Fett. Oh Gott, jetzt auch noch die Bullen am Hintern haben, ja. Oh Gott. Noch in zwei gleichzeitig. Wollen mich verarschen. An alle Einheiten, wir haben sie verloren. Der Scan war negativ. So, jetzt aber und der Erste. Und der Zweite. Nein, ich wollte ihn noch gar nicht überfahren. Wer überfeiert denn den? Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn ja schon wieder überfahren. Warum lässt er sich auch überfahren? Das kann mir natürlich wieder keiner beantworten, warum er sich überfahren lässt. Kann ich die Mission jetzt irgendwie abbrechen? Mission beenden, ja. Komm, das bringt nichts. Das wäre, ja. Würde zu zeitaufwendig sein. Ja. System ladet. System überladet. System bindet. System ladet. System baut. Triple burger, combo pack only at, wo? Chicago? Chicago's first in town. Geh mal in die normale Mission weiter. Ein Lift. Was machst du da? Warum klaust du hier Geld? Dann wollen wir mal weiter. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sagt Jody, dass wir quitzend. Nicht bewegen. Piers. Easy. Never again! Smith! Missed? Mr. Bess Glencuks. Warte! Bitte! Halt! Zwei! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war der falsche Weg. Das war's für heute. 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 Oh, 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 oh. Der ist die Schuhe, der andere steht noch da. Jetzt dann. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst aus und zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Sie wollen auch ihren Anteil. Nein. Ich sag doch. Das war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden gerufen. Nein, nein, nein. Ruf mich, Herr Kahn. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, Ruhm an den Schein? Ich kann das nicht mehr. Ich... 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 Dann kuppe ich. Was ist passiert? Wo ist der? Gory? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist das auch nicht. Ja, sind Sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch mal. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen. Oder? Da! Entscheiden! Ja! Verluste! Mach dir selber nicht das Leben schwer! Los! Köpfe runter! Los! Runter! Du hast keine Chance! Officer am Boden! Steht uns! Steig ihm den Weg ab! Wo bleibt die Verstärkung? Oh, verdammt, oh Gott, oh Gott! Die sind alle tot! Oh, verdammt, oh Gott, oh Gott! Ha 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 ha! Ha ha ha! Rein das Arschloch! Das darf doch nicht wahr sein! Wenn du uns vorhörst, dann zurück! Oh, verdammt, oh Gott! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Schnell den neuen Skillpunkt. Schnell den neuen Skillpunkt. zu über eifrig zu über eifrig was wollte die zwei kleinen tische denn da auch auch Wir haben dich doch gefarmt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr schaffen. Wo ist der jetzt? Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Willst du wirklich im Leichensack nach Hause fahren? Oh Gott! Ruf den Notarzt! Ein Verletzter! Willst du wirklich? Geh wieder in den Leichensack! Schüsse! Schüsse! Sunny! Man ist nicht gedacht! Achtung! Geh in den Leichensack! Artikel am Boden! Oh Gott! Nein! Nehmt die Flanken! Bedingung! Kämpfe runter! Ich hab Probleme! Vorrücken! Über die Seiten! Da! Seht euch vor! Auf!